Was ist denn, worauf er aufnimmt, wenn er aufnimmt, direkt am Freistoß der Torwart, von da wo er aufgenommen hat? Na gut, aber wenn sie mit dem Klapphörner muss man sich auf die Klapphörn ganz gut sehen. Wenn man mit dem Klapphörner, wo ist, dann ist der Klapphörner richtig groß hier. Und der passiert immer außerhalb der Klapphörner. Also da ist immer außerhalb der Klapphörner. Was ist denn? Ich bin ja nicht tot, was mir ganz gut ist. Sieht da nicht scheiße aus. Das passt da nicht. Aber ... Ja, das ist der erste Einzelneuer, aber da runterziehen wird. Wahr ist. Wer ist das nicht hier? Der Stabier. Der Stabier. Der Stabier. Das ist nicht zu. Der Stabier ist nicht zu. Musik 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 Das ist ein Schuss, ein Schuss, ein Schuss. Das ist das Letzte und das Erste. Da sind zwei, drei Kinder nicht dabei. Aber ist ja egal. Auf geht's wieder! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Hi, guys. Hello. 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 Das ist auch früher wie Santa Mair, die Dinger, ne? True, come from the Lombicard. This is true Italian. I got her. I got her. Da war ja wie früher diese braunen Plastik, äh, diese braun, ähm, die hast du ja dann immer für Altpapier genommen. Und du konntest dann immer eins gleich reinschieben und dann warst du damit durch, wenn du als Kind Altpapierdienst hattest. Das wurde mir alles. Wie viele Tore haben wir schon geschafft? Sieben, acht Tore? Acht Tore haben wir. Fast jede so angeblich ein Tor. Jede, vier, vier, vier Bewege ein Tor. Du musst aufnehmen, wenn der Gegner ein bisschen stärker ist. Ja, dann sag mir bitte mehr. Ja, dann sag mir klar, die Fische, vier, vier. Die, vier ... Jahr, die Fische, vier, vier. Ja, ja, die Fische, vier. Alles Kommen, ins Hüpfel. Jetzt, was zum Beispiel der Fische? Und dann, wo ist die Fische? und ich glaube in diesem Bereich es noch ein Problem mit diesem Thema. Das ist ein Problem bei der Arbeit. Ja, das ist die Frage. Ich glaube, ich mache die Frage. Wir sind jetzt bei den nächsten Mal. Was ist die nächste Frage? Wer geht bei dem von der Plattform? Wer geht bei den Plattformen? Ich weiß, das ist der Grund. Wögel hört sich jetzt Akram und Teender einbohnt. Die Kirche sind in der Kirche. Vielen Dank. 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 Okay. Vielen Dank.